Tuch ist im Speziellen eine Sammelbezeichnung bzw. Handelsbezeichnung für Gewebe in Leinwand bzw. Tuchköper und seltener Atlas bzw. Satinbindung aus Wollstreichgarn oder aus Kammgarnkette und Streichgarnschuss mit einer Tuchausrüstung. Als Erkennungsmerkmal für Tuch gelten der in Strich liegende Rauflur, das verdeckte Bindungsbild und der edle Glanz. Verarbeitet werden hochgekräuselte Merino-Wollen oft auch in Mischungen mit Chemiefasern. Die Tuche werden entweder nach dem Verwendungszweck oder nach der Bindung oder nach der Art der Ausrüstung bezeichnet. Eingesetzt werden die Tuche für Anzüge, Kostüme, Mäntel und Jacken. Allgemeiner Sprachgebrauch Im allgemeinen Sprachgebrauch werden konfektionierte Stücke Stoff unabhängig ihres Materials als Tuch bezeichnet. Siehe auch Wischtuch, Handtuch, Kopftuch, Halstuch, Taschentuch Auch wird die Bezeichnung Tuch umgangssprachlich oft für jegliche Art Textil benutzt, Maritim. In der Simmannssprache bezeichnet Tuch das Segeltuch oder die Segel im Allgemeinen. Liste von Tuchfabriken Tuchfabrik C und M.F. Schnabel Tuchfabrik Schnabelsmühle K.K. Feintuchfabrik Tys in Klagenfurt am Würthersee Königliches Lagerhaus Berlin Lodenwalker Tuchfabrik Müller-Eusgirchen Tuchfabrik Wilhelm Müller-Kottbus Wolldeckenfabrik Walderstadt Tuchmacherhof Offermann Tuchfabrik Hasselbach und M.P. Westerkamp Tuchfabrik C.S. Elias-Kottbus Schal und Tuchfabrik Anton und M.P. Alfred Lehmann Tuchfabrik